Wer Verena Kessler, Eva, erzählt wird die Geschichte oder eher die vier Geschichten von vier Frauen und ihren Beziehungen oder auch Nicht-Beziehungen zu Kindern, eigenen Kindern. Der Plot kommt ins Laufen über eine Lehren, die medial verbreitet, ob es denn sinnvoll wäre, heutzutage noch eigene Kinder zu bekommen im Zuge von Klimawandel und ob man denn diesen eigenen Kindern diese Zukunft antun möchte. Und die ganze Geschichte ist wunderbar konstruiert, wie die vier Frauen zum Beispiel miteinander verflochten werden, wie die Perspektiven erzählt werden, sprach ich immer auf den Punkt und und das Einzige, was ein bisschen schade ist, eine Männerperspektive hätte vielleicht ein bisschen ausgebaut werden können, aber ansonsten großartiges Buch, wer schnell ist, kann auch noch ein signiertes Exemplar bekommen und wegen der Männerperspektive könnte man dann hier vielleicht weitermachen.